Erik Frey, jetzt beliefern die USA auch die Ukraine mit Munition, mit Waffen und solche Konflikte kann man nie gegeneinander ausspielen. Aber denkst du, wenn jetzt die USA auch mehr nach Israel liefern müssen, dass dann in die Ukraine weniger Waffenlieferungen fließen könnten? Also an sich hat Israel selbst schon eine sehr starke Waffenindustrie und ist für den Großteil seiner militärischen Ausrüstung jetzt nicht an den USA abhängig. Es gibt bestimmte technologischen Sachen, die auch aus den USA kommen. Die Kooperation ist sehr eng und ich glaube auch, dass die Ukraine und Israel ganz andere Dinge benötigen. Israel braucht keine Airbremspanzer oder keine Langstreckenraketen. Es geht da eher um echte Hochtechnologie und vor allem das Iron-Dome-System, das möglicherweise wieder aufbauen muss. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie die amerikanischen Militärkapazitäten eng werden dürften. Es könnte aber ein bisschen politisch zum Problem werden, wenn die Bedürfnisse vom Verbündeten gleichzeitig sehr hoch sind, dass dann der Widerstand in den USA für das amerikanische, auch Gelder und militärische Unterstützung da nicht im Land bleibt, sondern anderswohin fließt und vielleicht nicht gegen einen Feind wie China eingesetzt wird. Das ist auch noch so ein Szenario. Was ist, wenn es zu einer Verschärfung rund um Taiwan gleichzeitig kommt, dass dann manche sagen, Moment einmal, da müssen wir irgendwo zurückfahren. Und da ist natürlich die Ukraine die, die als Erster dann drauf zahlen könnten. So ein politisches Problem in den USA haben wir ja auch schon. Wir haben vor kurzem schon mal darüber gesprochen, dass im aktuellen vorläufigen Budgetentwurf auch keine Ukraine-Hilfe vorgesehen ist. Und seitdem ist auch noch der Sprecher des Abgeordnetenhauses, das da über dieses Budget entscheidet, abgewählt worden. Sind die USA überhaupt aktuell in der Lage, andere Länder effektiv zu unterstützen? Also diese Blockade, die durch die Republikaner, durch eine sehr kleine Gruppe von Republikanern im Kongress ausgelöst wurde, ist sicher für die amerikanische Außenpolitik ein Problem. Der amerikanische Präsident verfügt über bestimmte Mittel. Und auch die Ukraine ist es jetzt im Moment noch nicht so, dass die USA jetzt alles einstellen müssen, weil gewisse Budgetmittel noch nicht da sind. Es könnte auch sein, dass jetzt dieser Krieg in Israel vielleicht der Ukraine indirekt hilft, weil die gleichen rechtsextremen Abgeordneten, die sagen, die USA sollen aufhören, die Ukraine gegen Putin zu unterstützen, wenn es um Israel geht, sind sie oft Scharfmacher, sind sie die, die ganz stark sagen, Israel muss man stärken. Und jetzt im Moment wären ja auch keine Gelder für Israel verfügbar. Und wenn sie diese ganzen Budgetmittel wieder öffnen müssen, damit der Verbündete Israel nicht fallen gelassen wird, könnte dann das auch wiederum dann die andere Seite, die die Ukraine stützen wollen, die Demokraten, aber auch viele Republikaner sagen, ja, aber da muss das Geld auch für die Ukraine fließen. Also das könnte diesem ganzen Isolationismus, der jetzt ein bisschen hier in der Republikanischen Partei an Oberhand gewinnt, ein wenig wieder einen Dämpfer geben.